Alter, leck mich am Arsch, guck dir das mal an, Rast, ne, Rasti Rust hier, guck mal, vorhin gekauft, ne, so mein Server, ähm, ich möchte einen BVP, wenn das gibt, dann möchte ich das, äh, gibt's auch einen in Deutschland, oder so, oder, oder mit dem besseren Penga 585, wohl nicht, äh, was ist denn mein Modet? Aha, gibt's hier auch nur BVP, äh, 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 seltsam, interessant, ich bin total neu zum Spiel, ich hab's mal vorhin gekauft, ähm, ich hab alle meine super, mega tollen Steam Trading Cards und so'n Scheiß verkauft, ähm, ähm, The Candy Project mit dem BVP zusammen spiele, hat mir ja 90 Stück geschenkt und ich hatte noch 30, keine Ahnung, dann hab ich noch ein paar Items aus Steam Photo 2 verkauft und dann, hey, Mann, so war man 19 Euro und ich hab mir ja was gekauft für 18,99, für 18, doch, für 18,99 und wenn es morgen im Sale ist, dann trete ich meinen Arsch, ähm, okay, auf jeden Fall hab ich's mir geholt, äh, geholt, geholt, ähm, ich möchte eigentlich gar nicht auf einen gemoddeten, weil, eigentlich, ne, ähm, ne, und so, lass doch mal hier noch Ping sortieren, geht nicht, okay, ähm, 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 oh, German, PvP, okay, PvP, 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 ja, ich weiß, ein bisschen langweilig, hab ich schon was drauf, äh, tötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt Finde ich gut, gewisse andere Spiele haben wir keinen, ne, so. Qualitätsspieler. Äh, wo ist los hier? War der Server vorher? Stimmt. Hm. Ja, der ist pretty full. Oh, uh. What happened? Ich will herauf! Okay, mal sehen. Vielleicht ist doch der Pink zu hoch. Who knows? Who knows das schon? Oh mein Gott, das geht nicht! Warum geht das nicht? Lass mal nochmal einen auf so Community suchen, ja. So viele Servo. Hm, nach Ping kann man ja nicht sortieren. Warum nicht? Warum kann man nicht nach Ping sortieren? No BVB, No BVB, irgendwas hier vielleicht mal... Ja, Noob Friendly ist natürlich auch ganz nett, aber ich möchte trotzdem lieber No BVB, auch wenn sich vielleicht keiner dran halten wird, aber hey. Ähm... Der, 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 der... Was sind Sleepers? Was sind Sleepers? Keine Ahnung. Ich kenne das Spiel auch gar nicht. Denken wir seit vier Minuten hier in der Serverliste rum. Mein Gott, so spannend. Ich mach wieder an, wenn ich einen gefunden habe. Oh Junge Junge. Ich glaube, ich habe tatsächlich einen gefunden. Ein PvE-Server. Oh, guck mal. Oh, 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 oh. 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 Wuch. Oh, Geräusche! Okay. Das ist die Wild von Wast. Sieht schön aus. Wo kommt das Geräusch her? Das macht mir Angst. Also dieses... Ist das ein Wasserfall? Wir haben hier unsere... Waffen. Einen Stein, mit dem können wir... Hab ich schon gesehen, Holz hier von dem Boden abkloppen. Oder von da, guck mal. Machen wir doch gleich mal. Hatchet together. Ja, dann machen wir mal. Aua. Sieben Wood, oh mein Gott, Wood geht ab. Klopfen wir mal fleißig das Wood ab. Oh, wie viel ist denn da drin? Okay, sehr schöne Bewegung muss ich schon anfangen. Wird noch ein bisschen lang gedauert, aber naja, scheiß drauf. See if we can find your good area, not a way. From hunger, oh. Okay, fertig gegattert, huch. Äh, nein. Ich weiß nur, dass das Geräusch herkommt. Hört sich noch hier an. Was ist da? Was ist da? Machen wir die Musik aus. Ja, das dauert nur ein paar Stunden. Oder ist das so ein Grundrauschen, das immer da ist? Was bist denn du? Bist du ein Valve? Was? Was bist denn du? Ah, du bist ein Hirsch. Ein Hirsch. 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 In die Fresse. Oh, ist das laut. Huch bloß ab! Da-dum, 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 da-dum. Wow, 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 wow. Erschreck mich doch nicht so. Du blödes Vieh. Ich dachte, jetzt kommt der Wolf hier angeschissen. Okay, bloß weg hier. Aber nicht. Was ist denn das? Ist das ein Wolf? Bist du ein Wolf? Machst du mich aua-aua? Mal, mal, muss ich wieder hören. Ich weiß gar nicht, wie laut die feucht ist. Lürfte gar nicht so laut sein. Wo ist denn jetzt hin? Ach, da. Dein Wolf bist du oder nicht? Wow, 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 wow. Was war das? War das ein Huhn? Okay. Komm, du bist doch eindeutig ein Wolf. Ah, uah, oh Gott, es kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es töte mich. Nein, geh weg. Nein, ich verwirr dich. Ich verwirr dich. Ich bespring dich. Oh, scheiße, gestorben. You are dead! Okay, we spawnen. Ja, we spawnen. What? Mein Gott. Willst du mich verarschen? Alter, das spart man gleich in so einer... Oh, rennen. Ja, nicht schießen, danke. Ich bin... und so. Ich bin ein Mensch. Ja, ich sterb sowieso. Ach Gott, der schießt jetzt auch noch mal, oder was? Ja, nimm doch mal hier dein... Inventorgy. Wie geht das doch da? Jus. Cool. Jetzt ist es weg. Wollte ich sowieso nicht mehr haben. Hau ab. Oder hat der noch den Zombie geschossen? Alter, was für eine Arschdinge, das vorangehängt. Kannst du doch gar nicht mehr zwingen. Au, au, au. Okay. Oh, hallo Baum. Ich kann durch dich hier nur ich sehen. Mhm, mhm. Auftauschstation. Okay. Seltsame Dinge gehen hier auf jeden Fall vor. I'm ready for Chivalry. Okay. Hier geht's nicht weiter. Okay, der Bloody Screen of Bloom ist ein bisschen... naja. Oh, okay. Eigentlich möchte ich ja wieder zurück, ne? Können wir hier Sonne Fackel mal benutzen? Sonne Fackel, ja. No Item Description, aber hier will. Okay. Aber das können wir uns auch nicht. Puh, verarschen. Ah, und hier ist gleich das Crafting Menü. Sehr interessant. Interessant. Ist das gleich ein Zombie damit? Du dum, du dum, du dum. Das sind auf jeden Fall Zombies. Okay, komm scheiß drauf. Wir haben sowieso kaum noch AP. Ich bin nicht so beschissen im Start. Oh mein Gott. Ohhhh. Redivation. Wait, wait, wait. Jetzt holt er nicht mal mehr so ein Stallchen raus. Oh, hier geht's aber. Ohhhh. Ist ja da rein so fest hier. Aber irgendwie... Aber irgendwie steckt die Redivation nicht an. Komisch. Verlögen. Was ist denn hier drunter? Kann ich das öffnen? Wie kann ich das öffnen? Kann ich das öffnen? Hör doch mal auf! Das Geräusch ist doch nervig. Gut. Gut. Ich weiß nicht woher. Ich kiss das nicht. Pff. Dann nicht. Dann nicht. Dann? Braucht ich nicht. Wie ist das Geräusch, ne? Aber meine Redivation geht sogar noch runter. Wieso kann ich den blöden Stein nicht mehr platzen? Ist der Stein kaputt gegangen? Oh Gott. Bin ich kaputt? Bin ich eigentlich schon tot und merke es gar nicht. Ist das ein Bug? Nein, das ist ein Feature. Mach mal auf hier. Mir geht die Tür auf. Eine Maustaste? Ich hätte mir die Steuerhund durchlegen können. Ach komm, dann töten mich. Kommt, machen mich alle. Ja. Okay, ich bin tot. Gut zu wissen. Schön wieder raus, dass sie dann netten gehen. Okay, irgendwie sind wir tot oder irgendwie auch nicht. Irgendwie passieren hier seltsame Dinge. Die Stadt ist verflucht. Mein Gott. Kann man hier immer respawnen? Nö. Nö. Dann versuchen wir mal die alte Methode. Heiaaa. Hat sich gut geklappt. Ich kann ja nicht mehr mein Steinchen rausholen hier. Das ist ja... Beschießen. Ich will doch nur mein Steinchen. Ach so. Die Taste wollte ich gar nicht. Ach komm. Mh. 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 Wie kann ich auch so in den Gottmood aktiviert? Mh. 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 Ich weiß es doch nicht. Hoi, hoffen wir nicht. Das Wasser sieht doch schön aus. Lass uns hineinjumpen. Yehaaa. Aua. Aua. Oh, toll. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Jaaa. Hoi, Lukas. Wie geht's dir? Ne, ich muss ehrlich sagen, das sieht zu mir ganz cool aus, aber... Ich glaube nicht, dass das beabsichtigt ist. Ich glaube, ich wechsle mal. Ach guck mal, jetzt nimmst du den Stein raus. Jetzt wurde ich runtergefallen, du blödes Arschloch. Du verdammter, blöder Penner. Jetzt nimmt er den Stein raus. Ja, ja, ja. Okay. Unter Wasser ist also nicht grad... ...unterschied zu Überwasser, also... ...ja, schön. Ähm, jaaa. Mhm. Gibt's irgendwie so eine Levelgrenze, dass man dann automatisch stirbt. Hm. Darf ich ein Screenshot machen? Guck doch mal. Ja, Steam. Ah, danke Steam. Das muss man Steamer Talon mal sagen. Oh, was ist denn das für ein Geräusch? Fährt da in mein Auto? Ist das ein Flugzeug? Gibt's hier Flugzeuge? Gibt's hier Flugzeuge? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall interessant hier unten zu sein. Bäm. Hau dich damit selber. Ich wechsle immer an den Server. Ja. Ja. E durchsucht man also. Und wir finden gleich Shotgun Muni und äh... ...ich glaub normale Maschinengewehre. Muni. Aha. Tja. Mal sehen, wann ich denn ein Maschinengeweh finde. In was findet man zuerst die Munition? Der ist ja umgekehrt. He. Dann findet man zuerst die Waffen und um ein 5 Stunden später die Munition. Falls man bis dahin überlebt. Lass mich in Ruhe. Der Daumen ist da unten raus. Lass uns das nochmal ankingen. Wir kriegen einige mehr zu mir rum. Finde ich jetzt gar nicht mal so nett. Mir ist vorhin aufgefallen, ich hab die Aufnahme gestoppt. Ich bin jetzt exakt bei 1337. Hohohohohoho. Und Zombie. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nix getan. Mein Gott. Da geht ja noch voll die Kampfmusik, ne? Also, ne, heute... Waa, ach Gottchen. HALTZ MAUL! Aua. Hab ich ihn gebrochen? Oh Gott. Was ist das denn? Zwei Schläge und ich bin tot. Willst du mich verarschen? Was du, du handelst Death Condition, was? Was, was, was? Was heißt das? Wieso bin ich... Egal. Okay. Zwei Schläge und ich bin tot. Ja, warum nicht? Haha. Okay, man kann hier in dem Fall nicht in die dritte Person wechseln. Wie in Tracy beispielsweise. Ist das ein Zombie? Also... Überall Zombies, das macht die Sachen natürlich ein bisschen, ähm, beschissen. Ähm... Ich gucke jetzt einfach mal nach einer hübschen... ...Fleckchen Erde, wo man sich vielleicht niederlassen kann. Weil man könnte sich ja, wie gesagt, auch Sachen craften. Jetzt grad nicht. Ey, wo ist das? Auf dem Menü? Oh mein Gott. Gehört das etwa zu diesen experimentellen Servern dazu? Oder ich kann nur mich nur auf... ...experimentelle... ...Server, was auch immer... ...sollen. Auf allen anderen geht das nicht. Nichts. Egal. Wie gesagt, ein schönes Fleckchen Erde mal suchen. Ähm... So viele Zombies, guck mal da hinten. Was machen die denn alle hier? Auf dem anderen aber nicht zoomen. Da waren nur in den Städten so ein bisschen. Ist da vielleicht ne Stadt? Alright. Hm. Ich kann nur nicht so ranzoomen. Schade. Schade, schade, schade. Ah, was gibt's denn da hinten? Ach, hier ist ne Straße. Hier sind die Waldzombies. Hier sind Bullen. Oh mein Gott. Aber hier sind Zombies. Das ist schlimmer. Glaub ich. Oh mein Gott. Die Waldzauern, die mich töten wollen. Was von der Welt bin ich gelandet. Jetzt nur noch mit PvE. Äh, PvP. Haha. Das ist ja... Glaub ich richtig schön. Hardcore. Keine Ahnung, sie fährt wahrscheinlich auch noch auf PvP, wenn man spielt. Aber... Erst später. Das muss man wirklich alles erkunden. So ne. Weiß ich nicht. Hallo Räuschen. Was verbirgst du für Geheimnisse? Deine Geheimnisse sind bei mir sicher. Kannst du mir ruhig anvertrauen? Was ist das nur gebaute Hütte? Hab ich glaub nicht. Hallöchen. Hm. Keine Küste. Keine Küste. Keine Küste für mich. Okay. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Was ist denn das dahinten? Was ist die Benzinkanister? Benzintanks. Guck mal hier ist Holz. Hier ist Holz. Komm wir holen uns das Holz. 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 Vor der Hütte. So viel Holz. Ach du Scheiße. Dann ist jemand. Hau mir nochmal einen rein. Wer kloppt den armen Stein zu Tode? So ein Arschloch. Ah. Singen zu Musik. Oh guck mal. Kaputt gemacht. Lass mich los in Ruhe. Das ist mein Stein. Oh. Was bist du? Du bist aus dem Wildschwein. Wildschweine sind normalerweise aggressiv. Autsch. 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 Okay. Hört sich ein bisschen komisch an. Wenn man mit einem Stein auf dem Stein haut. Aber okay. Meiner. Kapiert. Auf dich hab ich keinen Bock. Nö. 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 Tschüss. Wiedersehen, wiedersehen. Bist du noch da? Geh weg. Oh Gott. Oh mein Gott. Nicht in den Arsch, nicht in den Arsch. Bitte nicht. Ach, gehen wir doch nicht auf den Piss. Was sind das für Geräusche? Ach, Flugzeug. Warum ist da ein Flugzeug? Komm und töte den Wolf. Oh Mann. Er ist direkt hinter mir. Das war echt scheiße. Nein, geh weg. Du kommst nicht näher. Nein, ich schüttel dich voll professionell ab. Mal abgeschüttelt. Scheiße. Ich will irgendwie nicht nach hinten gucken, aber irgendwie will ich schauen. Ha. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Ganz professionell. Jetzt laufe ich in die nächsten Reihenwetten. Okay, die Umwelt ist hier sehr gefährlich. Der scheint um ihn vor zu sein, oder was ist das? Was mit einer Mauer auf jeden Fall. Lass mal aber gucken. Ach ja, ein Bezzykanister, oder sowas. Wasser-Tams. Oh Gott. Radiation. Rett die Arschen. Lass mal ganz schnell gucken, was da gibt. Lass mal gar Handschuh gucken. Und abhauen. Und abhauen. Kann man euch das suchen? Nö. Gibt es sonst irgendwas von wert? Nö. Okay. So, meine Radiation steigt an. Ich weiß nicht, wie viel Radiation, äh, wie viel Radioaktivität. Ach. Ach. Das ist eine selbstgebaute Hütte, lol. Oh Gott, ja, ich geh ja schon. Nöööö, ist sowieso nix drin, also kann ich auch nix klauen. Oh, wiedersehen. Oh, mir ist kalt, okay. Nöööö, da ist ein Wildschwein. Das erinnert mich an deine Mutter. Wächst da gerade ein Baum durch die Hütte. Was gibt's denn hier Feines? Komm, das ist ein Hangar. Wie muss es was geben? Nein, nein, nein. Was ist das? Oh, eine Shotgun. Oh, Damo. Mach raus, äh, mach zu. Komm doch her, Zombie. Was? Okay, die Nachladeanimation ist cool. Das muss ich gestehen. Was ist das denn? Ah, Radioaktiv, äh, Anti, äh, wasche. Ah. Okay, die Schrift ist ein bisschen kribbelig. Das ist ein Piece of Armour, da weg geht's hier. Okay, dachte ich mir schon. Okay, dann ziehen wir sie an. Das war laut. Jetzt habe ich, äh, Schuhe gegen Radioaktivität. Okay, sehr cool. Cool, cool, cool. War ich noch was? Nö. Haha, Zombies. Oder Wölfe. Jetzt brauche ich keine Angst mehr, vor euch zu armen. Denn ich habe eine Shotgun. Oder eine geile Nachladeanimation. Ah, guck mal, wer da ist. Na, komm doch her, wenn du was willst. Komm doch her. Wie will ich ihn anlocken, aber irgendwie, weiß ich nicht. Wie viele, äh, Zombies der Schuss anlockt. Komm doch her. Du Arschlach. Du kleines, fieses Arschlach. Oh, wie ist denn bei 25 Minuten? Fuck. Okay, den bringen wir noch um, dann mache ich einen Cut. Ah. Oh Gott. Frisst das! Oh Gott. Bäm, Junge! Hast du davon! Leg dich nicht mit mir an! Hau ich dir in die Fresse von dem Stein. Die sehen an mir so aus. Sieht jetzt nicht, ich meinte, sieht cool aus, aber... Aua, das war laut. Die sehen an mir so aus. Plastikhaus, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Okay, sehr viele Sachen nehmen wir von dem Vieh. Bei mir habe ich das Gefühl, dass ich gerade einen Typen von vorhin angelockt habe. Mama, das wäre ein OPVP, also muss man sich mal am Arschlecken, oder? Okay, da haben wir ihn ausgeraubt. Sehr cool bis jetzt, sehr cool. Ich brauche mehr Muni. Aber ich mache erstmal einen kleinen Cut, wir sind bald wieder schön.